Hallo ihr, hier ist wieder Kermit, der Frosch und Grobi. Hallo. Ja, heute werden wir euch alles erzählen über kurz und lang. Und ich hilfe mit. Du hilfst mit? Ja. Na gut. Als erstes werde ich euch jetzt zeigen, ich zeige euch, was kurz ist, indem ich einen Ton eine kurze Zeit singe. Alles klar? Ja. Ja. Was, das war alles? Das war's. Das war's? Ich habe den Ton eine kurze Zeit gehalten. Ah. Verstehst du? Ja, ja. Und nun, Grobi, hältst du einen Ton eine lange Zeit? Ja. Fang an, Grobi. Ja, gut, in Ordnung. Du hältst ihn ganz lange. Ja, das mache ich. Ja. Los. Oh, jetzt soll ich anfangen gleich? Ja, ja, ja. Etwas länger. Noch etwas länger. Noch länger. Noch länger. Ja, gut. Oh, das war sehr gut, Grobi. Das war wirklich sehr lang. Sehr, sehr lang. Habt ihr alle gehört, wie lang das war? Na gut. Also, als nächstes Beispiel für kurz und lang werde ich jetzt mal ganz kurz hüpfen. Siehst du? Ja. Pass mal auf. Hm. Ja. Siehst du? Ja. Ich bin jetzt kurz gehüpft. Gut gehüpft. Und mein Freund Grobi wird jetzt ganz lange hüpfen. Ja. Was? Ich soll jetzt hüpfen? Mal los, Grobi. Na schön. Hüpf ganz lange. Ist das gut so? Hüpf weiter. Ach, weiterhüpfen. Grobi macht das sehr schön. Ist das so richtig? Hüpf weiter. Weiterhüpfen, natürlich. Und weiter. Sag mir bitte, wann ich aufhören kann. Weiter, Grobi. Gut, Grobi. Seht ihr, wie lange Grobi schon fült? Hüpf. Und jetzt? Jetzt, Körbe, bin ich. Sehr gut. Willst du schon aufhören, Grobi? Na gut. Nun kommen wir zu dem letzten Beispiel, das wir heute zu dem Thema kurz und lang vorführen wollen. Kermit, Kermit. Was ist denn? Ich, ich mach dir, mach dir einen Vorschlag. Ich nehme kurz, ja, und du machst jetzt was langes. Einverstanden? Das heißt also, du wirst diesmal kurz. Ich will es nicht nur, Kermit. Ich bestehe sogar darauf. Gut. In Ordnung, Grobi. Also dann? Gut. Einverstanden. Du kitzelst mich jetzt, aber nur ganz kurz. Ich soll dich jetzt kitzeln, aber nur ganz kurz, ja? Ja, ganz kurz. Ich, ich muss die richtige Stelle dafür suchen. Oh. Oh. Oh, ich weiß schon. Hier vorn. Fertig? Ja. Verzeihung. Oh. Gut. Schön. Das reicht jetzt. So, hast gereicht? Ja. Du hast dich ganz kurz gekitzelt. Kurz. Und jetzt kitzel ich Grobi, den dann nämlich, ganz lange. Warte, nein, warte, warte, warte. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein